moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei vengard zombies auf der karte terra maledicta das verdorbene herz zeit ist erg lösen können und zwar braucht ihr hierfür erstmal eine schaufel falls ihr nicht wisst woher ihr die schaufel bekommt habe ich euch oben rechts ein video verlinkt wo ich euch alle fundorte der schaufel zeige so wenn ihr dann die schaufel habt dann müsst ihr auf der map auf dem bohnen so komische spots suchen wo ihr graben könnt und von einem dieser spots bekommt ihr halt dieses lila herz nachdem ihr das lila herz aufgenommen habt habt ihr nur noch die hälfte eures lebens und irgendwo auf der map ist eine rune gespawnt wo ihr das herz wieder begraben müsst also läuft durch die map bis ihr die rune findet wenn ihr sie gefunden habt stellt euch davor und dort steht dann auch dass sie interagieren müssen um das verdorbene herz zu begraben sobald ihr das gemacht habt leute bekommt ihr unternehmen eure punkte und schrott anzeige ein herz und dieses könnt ihr benutzen um eure feldaufrüstung zu verbessern oder ihr könnt euch eine fähigkeit vom altar damit holen das kann man nur einmal im spiel machen leute und ich weiß es ist jetzt nicht das krasseste zeit ist der aber nur zu info damit ihr auch bescheid wisst dass es hier sowas auch gibt und wozu das herz überhaupt gut ist so das war's dann mit dem video ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lass doch ein like da schreiben die kommentare und falls du in zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren um immer auf den neuesten stand zu bleiben viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao